so guten morgen miteinander donna und ich schicken euch einen schönen herbstgruß vom ende unseres spaziengangs wieder leckerli suchen und ein klebten blatt an meinem schuh ja ein blick ins donnaut halten zwischen den wolken spitzt die sonne ein bisschen raus donna ist hier und quengelt ein bisschen wir gehen auch gleich rein wie gesagt wir sind schon am ende unserer tour ich habe schon zwei filme aufgenommen und die wieder gelöscht weil ich so einen mist geschwätzt habe jetzt kann es wieder krachen weil es hier wieder unser zugiges eck ist ja also so etwas noch verpennt euch angelabert habe habe ich gedacht das kann ich jetzt nicht hochladen und darum der dritte versuch irgendwie war ich heute von meinem kopf noch nicht so ganz da ich bin noch etwas müde wobei wir beide gut geschlafen haben vielleicht liegt es auch daran und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen dienstag Answer Park ein Auto steht schon da also tschüss s tschuse tschus